Why are you getting so fucking awesome? Because we are wrong! We are wrong! We are wrong! Hahaha, ich hab keines aus! Klärt ihr die Menschen nach euren Pranks darüber auf? Hallo, willkommen in unserer Show. Normalerweise klären wir die Leute eigentlich nicht auf. Aber heute machen wir mal eine Ausnahme. Wir klären die Leute vorher auf. Also passiert gleich was. Achso, ja. Und ähm, nein, wir fühlen uns nicht so sorry für dich. Was heißt Smoopit? Das Wort Smoopit ist vom einzig coolen Let's Play, und zwar Freeman's Mind, ein Let's Play von Half-Life 1. Könnt ihr auf dem Machinima-Channel sehen. Und zwar ist es eine Mischung aus Smart und Stupid. Smart ist es, im Schnee eine so wundervolle Rampe zu bauen. Stupid ist es, sie mit diesem Run-Snowboard selbst gemacht, fahren zu wollen und einen Seitwärtssalter zu versuchen. Los geht's! Do it! What do you think about Großdeutsches Reich? It's extremely inappropriate to make fun about Großdeutsches Reich! So cruel! Nein, nein, nein! Frettwurst! Wiener Schnitzeng! How do you feel about Adolf Hitler? Welche Pokémon-Edition hattet ihr früher, rot oder blau? Gold! Was er, wie das du auf die Ösefrage? How old are you? 18? 20? 20? 21? 23? Was ist das geil? Was sind Emotionen? Welche anderen YouTuber feiert ihr bzw. schaut ihr privat? John Lajoa! Giga! Kleines Mariechen! NostarafuTV! Der Tollpimp! Nostarafu! Simple Pickup! Würdet ihr das auch machen, wenn keine Kamera dabei wäre? Natürlich machen wir auch mal Sachen, wenn die Kamera nicht dabei ist, dann aber weniger durchdacht und eher spontane Aktion. Wir können euch ja mal ein paar Ausschnitte zeigen hier. Do you ever pick up sexy woman because of your breaks? Boo! Do you want to go up with me? What? Okay, so I'll just say, where are we going to go now? 29? 29? We have a lot of girls that want to go up with us. You know, sometimes the choice is just too big. I could take that one or that one. Maybe I should take that one. She's a little bit scared, maybe I should take that one. Okay? So what are we going to do with that, you know, connecting between us, between you and me? What are we going to do? And don't smoke. No! No! Three, two, one! America! No! 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 Was für einen Schulabschluss habt ihr? Schulabschluss? Na, die meisten. Also Robin, Kalle, Daniel haben Abi. Anna hat auch Schulabschluss. Ich mache jetzt Abi-Tur in der Heidel-Spiele. Ähm. Und, ach so! Am Danlos, du siehst ich in... Lolaum? Eheh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh. Ah, Jeunard. Hallo! Der Aro mit in Stuttgart und... Der arbeitet doch nicht. Ich macht primero schon wieder, bis er wird irgendwo und... Ha, ja. Und... ...die Mediterraison denn Arien? Hahaha... Und eins noch, bist du schon immer so hängen geblieben? Nee, nur mit dem Dier Röhrer. Danke. Magst du Bratwurst? Nein, Mann! Ich kasse Bratwurst! Where's Johnny? Here's Johnny! What's the weirdest thing you guys have ever done or experienced? The End Habt ihr euch schon mal ernsthaft verletzt? Eigentlich nicht. Und das obwohl wir uns so eine Mühe geben. Es sieht aus, als wir uns noch mehr anstrengen! Can you do public farting? Extreme downhill moderation. Okay, we have to say, we are receiving a lot of suggestions for public trawling and pranks and stuff like that. But we want to stay creative, you know. And something like public farting is something that was made way too often, in my opinion. So, if you keep posting your ideas, please double check if they weren't done before. And if we are probably the best to do this! Nehmt ihr vorher Drogen? Ich muss sagen, das ist eine Frage, die wird uns sehr häufig gestellt. Ich finde, es ist nur so unvorstellbar, dass mir all unsere Aktion ohne Trogel-Einfluss über die Bühne bringt, das verlebt sowieso nur den Verschlag. Außerdem, also ich persönlich handhabe es ja so, dass ich überhaupt keine Drogen konspiere. Weder Zigarette, nur Alkohol, oder andere Drogen. Ich finde, das ist so eine Grundsatzfrage. Weil all das, was in euch ist, ist auch so in euch. Das müsst ihr nicht durch irgendwelche Drogen erst zum Vorschein bringen. Es ist alles, es ist bereits in dir. Verstehst du? Du brauchst keine Drogen, um das zu aktivieren. Du brauchst nur Selbstbewusstsein. Und das ist genau so. Okay, zugegeben! Kalle ist unser Schamftrinker! Was machst du in deinem Freitag? Alles, was Spaß gemacht hat! Ah, ich habe es geschafft, Mann! Ist es eine Linie, die du nie crossierst? Ich würde nie diese Linie crossieren. Aber ich würde. Ob ich jemals Sexfantasien von Kalle hatte? Oh, was ich sehen? Ja, ich mag es jetzt! Du bist ein Schamft Bock auf Cock? Bock auf Cock! Habt ihr schon immer solche Pranks gemacht? Also ich muss sagen, Pranks im klassischen Sinne machen wir auch heute nicht. Demzufolge haben wir das eigentlich auch früher nicht gemacht, aber ich muss sagen, die Leute zu träumen, ich hab echt persönlich eigentlich schon als Kind angefangen. Das schlatscht eigentlich schon ein Jahr lang und ich muss gerne. Mein Zahnfleisch tut weh und ja, es schlatscht ein, einfach nur an meinem Armlessen-Kamera gemacht, das auszunehmen. Jetzt kann man die Haube, ich kann es noch mit einem Scheiß filmen. Ich weiß, was schon läuft, in mein Hemd rein! Could Anna do something, you know, nasty? Ich finde das schon ziemlich schmerzhaft! Ja, ein bisschen schmerzhaft! So, der schlimmste Schmerz war, wenn ich eine Hand auf eine heiße Mädchen in der letzten Episode, aber ich würde das nie wieder machen. Es ist schwer! Schmerzhaftes Stunt was Pain, na, wir haben jetzt schon ziemlich viele Stunts gemacht und wir können es eigentlich nicht sagen, was ist der Schlimmste, weil manche waren schlimm, manche weniger. Fakt ist, wenn du so ein Gummi hier gegen die Haut kriegst, das tut fürchterlich weh und... Das tut fürchterlich weh und man muss halt aufpassen, dass das nicht passiert, weil das ist eigentlich der schlimmste Schmerz von allen. Tut's noch weh? Was? Du hast da echt so einen traurigen Mundhärter auf der Seite! Warte, grinst man nicht, man, du machst Falten in den Mund! Alter Schwede! Was sagen eure Eltern dazu, gucken die eure Videos? Mutti von Herodes und Anna, was hältst du denn von uns? Also, ich sehe eure Videos sehr gerne und das davon haltet. Ich finde es schön, dass ihr ab und zu unterwegs seid, dass ich euch nicht den ganzen noch auf dem Hals habe. Und am schönsten an den Videos finde ich immer, wenn keiner mit der Nase in den Schnee fällt. Du bist höchst! Und ein Brett vor dem Kopf kriegt. Das sind so meine Lieblingsvideos. Das hat er verdient, ne? Ja, auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Und wieso nennt man seinen Sohn Herodes? Der Herodes, der hieß schon so, als er auf die Welt kam. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das haben die Hebammen gleich gesagt. Das ist ein Herodes und ich wollte ihn eigentlich ganz anders nennen. Und warum nennt man sein Kind Anna? Weil einer der schönste Name auf der ganzen Welt ist. War das schwul genug? Ja, ich glaube schon. Super. Penis? Das war's. 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 Oh right. It looks like we still have to go a little bit. Come on! Will you ever come to Canada? Come on dude! It's still a long way! Get to Canada! Come on! Come on! We have to get to Canada, man! Man, I'm sorry! Do it! Canada, we're coming in! Will you ever come to Japan? Sollen wir mal nach Japan kommen? Nein! Bitte nicht! What's your favorite dish? Ich brauche heute wieder viel Geld. Ich brauche mal den. Alter! Hände hoch! Oh mein Gott! Ich rufe lieber die Polizei an. Hallo? Polizei? Das war's. Ich brauche zu viel! Was wollt ihr für eine Musikrichtung? Könnt ihr singen? Also wir hören eigentlich alle gerne Rock. Nur das Tolle. Böste Hip Hop Pussy. Und singen können wir nicht. Ja! Steak Skills! Fuck Yeah! Reus michzyrein! bullet sound f ну coming from Haha! Steht ihr auf Schwarz oder habt ihr einfach nur Langeweile? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir entschuldigen die Gruppe. Was sich nicht umbringt, das macht nicht Hörer. Entschuldigen Sie bitte kurz. Also, es ist eigentlich eine lange Geschichte, aber Robin, Kalle und ich haben uns beim Skaten und in der Schule kennengelernt. Der Rest ist irgendwie mit uns verwandt und, äh, Inzest oder irgendwas. Also, eigentlich alles cool. Was denn euren Plicks Outtakes? Der Schock am Rücken ist es dann einfach nur... Ja, einfach nur ein Stück tiefer, wie es sich anfühlt. Das Ding läuft über. Oh, das stinkt. Hör auf. Der Schock am... Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Hör auf. Hör auf. Oh. Ich hab wirklich gedacht, ich krieg einen Kollaps, Alter. Hör auf zu lachen, Alter. Ich piss jetzt, Alter. Hör auf zu lachen. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf zu lachen, Alter. Hör auf zu lachen. Mann, hör auf. Dööööööööööähäh Disney gek Hör auf zu lachen, Alter. Was ist los? Alles klar? Das ist so süß! Komm, beantwortet jetzt mal die Frage! Ey, we're trying to answer every question of our fans! I love you, Alter! Morons! Und erfestigt erst mal den Sack! It's extremely in blood pressure! Du bist scheiße! Du bist scheiße! Danke! Wie du willst! Jetzt muss ich mich ja nur ganz natürlich verhalten! Ja! Es würde natürlich noch besser gehen, wenn ich nebenbei zucken könnte! Dann könnte ich mich ja dem Profil besser suchen! So talentiert! Was machst du da gerade? Und du hast eine Facebook-Page? Natürlich! Tschüss! 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 Tschüss!